Ein Wochenende, wo sich alles um Velosolex dreht, wo bis zu 350 Velosolex begeisterte zusammenkommen, aus der ganzen Schweiz und den Nachbarländern, zum miteinander ausfahren, von dem kultigen französischen Gefährt schwärmen, fachsimpeln, voneinander lernen und zusammen festen. Vom 19. bis 21. Juni 2020 in München-Buchsee bei Bern findet das Ganze statt. Velosolex 2020, der erste internationale Velosolex-Event der Schweiz. Aber wer steckt überhaupt hinter dem Event? Wer spricht da gerade zu euch? Isabelle Werbeverantwortliche und Madame la Présidente. Michael, unser Chef für das Dach über dem Kopf und das Essen im Bauch. Helene, unsere Kommunikationschefin und die Zahlen-Jongleuse. Viktor, unser Routeningenieur und Rahmenprogramm-Touchmeister. Aber was ist das überhaupt, ein Velosolex? Erstens, es ist ein Velo. Zweitens, es hat einen Zweitaktmotor mit etwa einem halben PS. Zweitens, es kommt aus Frankreich, ist von den 40ern bis in die 80er Jahre produziert und etwa 6 Millionen Mal verkauft worden. Damit wir den lässigen Event durchführen können, brauchen wir eure Hilfe. Darum erfahren wir über unser Projekt, hier auf Lokalhelden und auf unserer Webseite. Lernt uns kennen und unterstützt uns. Danke für jeden Franken.